Mal gucken was sonst noch. Alter, aber das Spiel! Wii-Play ist echt! Leute, wenn ihr Wii-Play habt und noch ne Wii-Mode wollt, legt euch Wii-Play zu. Geiler Zeitvertreiber irgendwie. Oh, jetzt kommt... Jetzt Laserhockey! Ja! Tschüss, die Pucks ins Tor des Gegners. Dreh die Femme links und rechts um den Schlag abzuflächen. Also... Also abzuflä... Ach so! Ah, okay. Oh, die Mutter, ey! Wie geil! Oh, die Farben sind geil. Wow, no! Fuck it! Oh, unsere Wii-Mode geben sogar Musik, ey! Los! Komm mal! Was für Fails! Ich glaube, der hat noch gesagt, dass wir diesen Musik... Mit Pong, ja! Wow! Nein! Oh Gott! Das ist echt gut! Genial! Wow! Wow! Wie kann man mit sowas... Wow! 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 Awesome! Wow! Wow! Super Saiyajin-Modus! Das ist... Das ist... Star Wars! Super Saiyajin-Modus! Nooo! Ey! Was ist das? Oh, man ey! Das ist so genial! Und das fängt heute so geil an! Das ist Madness Day zu zweit! Das ist so genial! Ja, das ist echt gut gegangen! Ey, nicht gedacht, dass das so ist! Ihr findet... Ihr findet... Ihr findet alle... Alle diese Videos auf einmal in der... Die Playlist nenne ich... Rockstars vs. Shadow oder Shadow vs. Rockstars! Wir entscheiden uns doch, je nachdem was besser klingt! Ja, das ist eigentlich beides das Reiche! Ja, irgendwie... Was war das denn?! Dankeschön! Omnom! Omnomnomnomnomnom! Wow! Wow! Heute gibt es Pizza! Ja, hör auf! Dann kommt was gerade hier wieder vorbeigeschneiden! Der kann nicht vorbeikommen! Der ist heute auf einer Lade! Andi muss arbeiten, also... Ja, ich glaube, er ist jetzt schon wieder zu Hause! Ach, echt? Ja! Fick dich doch! Nein, du dich! Nein, du dich! Nein, du dich! Alter, hast du... Hast du das gesehen? Ja, ne? Bestimmt! Ich wollte gerade sagen... Oh! Ich wollte gerade sagen, du hast das Game geglitcht! Nein! Ab wann gewinnt man eigentlich? Ich glaube, okay... Oh, das war epic! So, voll ja! Super Saiyajen Hypermove! Die fahren sehr gut, die fahren mir! Ja, das ist geil, wa? Ja! Ja! Abtäuscht! Okay! Weiche! Das ist echt Pong in extremst modern! In extrem geil, um genau zu sein! Ja! Oh, Baby! Das ist so geil gemacht irgendwie! Also Leute, wenn ihr eine zweite Wii-Mode braucht, dann holt euch den Wii-Play! Das ist echt ein geiler Zeitvertreiben mit Freunden! Ja! Ach, ne! Komm! Mann, oh Mann! So! Dein Aufschlag! Ich! Nein! Nein! Was war das denn? Bitch! Aufschlag Ass! Aufschlag Ass war das, ey! Oh! So süß! Wie Zucker! Nein! Ja! Bullshit hab ich, Alter! Bullshit hab ich, Alter! Bullshit, ey! 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 Wo ist meine Wii-Mode? Ich mach's mit der Rückseite! Ich mach's mit der Rückseite! Ja, ne! Nein! So viel zum Rückseite! Schanaggendaggen! Was ist meine? Ey, komm! Ey! Ich treff das Ding nicht! Ich treff das Ding nicht! Was ist das? Das ist ein... Ball! Ne, es ist nicht mal ein ganzer Ball! Aber guck dir das mal an! Das Ding ist nicht zu! Nein! Boah! Boah! Da hast du dich selber durchgesappt, ey! Äh... Was? Epic! Wirklich... Das war wirklich epic jetzt! Das war wirklich epic jetzt! Alles klar! Okay! Let's run! Nochmal immer, oder? Ne... Machen wir das später noch an! Ja, genau! Wir wollen den Leuten erst mal zeigen! Wir sind jetzt schon in Episode 3 hier, ey! Billiard! Billiard kann ganz schön lange dauern! Hm... Sollen wir einmal Billiard machen? Äh... Ja, klar! Ja, machen wir aber ein! Ein Video würde reichen, glaub ich! Stoß die weiße Mil... Äh, die weiße Mil... Und Lochziegel... Ja, ich glaub die Regeln von Billiard... Kennst du Billiard? Kannst du Billiard? Ja! Ich frag mich jetzt... Ich hab das jetzt... Das brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Ich weiß nicht, ob wir es brauchen... Oh! Äh... Du! Okay! Ähm... Hätte ich doch anders... Oh, läuft aber... Das sieht aber geil aus, muss man sagen! Ja, das ist wirklich geil! Das ist mal geiles Billiard! Jetzt wär ich dran! Steht schon fest, wer was machen muss? Ne, ne? Ne, noch nicht! Ich lass mal... Schlimm-schlimm-schlimm-schlimm-schlimm-schlimm... Oh, wie schnell! Achso! Mal gucken, was soll ich... Achso, geil! Hahaha! Oh, wie simpel! Fuck! Oh! Epic! Greck mich doch an, die Dreckszuschauer! Faul? Ah! Warte! Hä? Was? Kugel nicht direkt getroffen? Verarschen? Du darfst die jetzt irgendwo platzieren, aus irgendeinem Grund auch immer! Ja! Ich mein, hä? Ich hab die doch berührt und ich hab eingeloggt! Was ist das? Was ist denn daran falsch? Ich bin mir auch nicht sicher! Es steht ja auch nirgendwo, wer was hat! Also wer was einlochen hat! Ach, ja, okay! Ich glaub, du hast die vorgegebenen Dinger! Ich bin ja gleich sicher! Ah! Was denn das? B, B! Ja, mit A hab ich's gemacht! Und du jetzt? Er versenkt 1! Okay, du hast... Also hab ich die halben! Ach, ach! Immer die markierten! Die mit den beschrifteten Dinger 1, 2 und so alles! Was verstehst du? Wie, hä? Ja! Erste Kugel, zweite Kugel, dritte Kugel! Guck mal, die mit diesem Fall da oben, die da oben markiert sind! Die musst du treffen! Was ist denn dat für ein Rotz?! Das ist also nicht billiard, wie ich es kenne! Ach, immerhin! Ups! Ja, brav! Okay, aber jetzt hab ich was gelernt! Jetzt weiß ich's! Ja! Okay! Und das freie Schussbahnreffekt! Na ja, ich muss ein bisschen zaubern! F*** nicht doch! Schwule Kugel, ey! Willst du mal die Kugel haben? Schieb dir eine Kugel ins Maul, ey! Das gibt's nicht, ey! Das gibt's doch nicht! Wie kann die da nicht rein?! Ja, ich schieb dir eine Kugel ins Maul! Ja, natürlich! Ja, ich hab' immer denken können! Oh Gott! Das ist so genial! Und das ist grad mal das erste Game von heute! Du Bärs! So you can! So you can! So you can! Geh rein! Ja! 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 Achso! Ich bin nochmal drin! Und da... Pusupusupusupulle! Bäm! Ja, da war noch ne andere! Ne, doch nicht! Geh rein! Yes! Schwule Stücke! Allerbeste Mensch auf der Welt! Was? Nochmal?! Ja, war ich getroffen, aber... Oh, ihr verfickten Unsinn! Ich stopf' euch mit Billardkugeln aus, ey! Und häng' euch übern Kamin! Ich hab zwar gar nicht... Das Kranke dran ist, dass ich dir das sogar glaube, ey! Ich... Ernsthaft! Ich kauf' mir nen Kamin, lass' ihn mir einbauen, nur damit ich euren Arsch an den Kamin hängen kann, ey! Also ich komm' jetzt ziemlich so vor, als ob ich jetzt nen Headshot verpasst kriege oder so! Ja, ein bisschen ja! Ihr verwechsten Nintendo-Freaks! Mein Gott! Nein! So wie ich nicht! Was ist denn loslassen, dann? Hat man überhaupt dann eine Chance, wenn man einmal... Endlich bin ich mal wieder! Okay! Ficku! Das ist ganz anders! Ficku! Ja, kriegst du hin, kriegst du hin! Wenn ich ganz gut bin, aber... Wie hast du das gemacht mit A, ne? Ja, ja, mit A! Das muss... Das muss sitzen, muss das! Ich schieß' mir genau ins Kinn! Kinnhagen! Oder? Ah, viel zu leicht! Ja! Der wär' eh nicht reingegangen! Aber jetzt schon! Verdammt! Ich hab' gedacht, das wär' ein richtiges Billiard! Weißt du? Äh, dieses ist lange... Und genau ins Kinn! BAMS! Hicken! Äh, jetzt gibt's nicht! Nein! Ah! Okay, wo ist... Welches ist die nächste? Darf ich gucken, welches... Ja, siehst du schon! Ja, genau! Ja, müsstest du hinkriegen! Ah, dann machst du... Show you can! Very nice! Jaaaa! Uuuuh! 7 Punkte! Wieder abgeht! Die ersten 30.000 Bälle interessieren euch nicht, ne? Oh, schlecht! Ach, nee, äh... So... Nein! Ja! Ey, hä? Was? Das ist losgelassen, glaub ich, zu früh oder so. Nee! Was ist das denn?! Du musst es dann loslassen! Du musst es wieder loslassen! Nee, muss ich... Nee, hab ich bisher noch nie gemacht! Da, siehst du? Bestimmt! Oh, Ficken! Scheiße! Herrlich! Ich hätte es auch gut gefunden, hätte man erst mal erklärt, welches Spielprinzip hier herrscht! Ich bin nämlich von normalem Bildjahrt ausgegangen! Deswegen! Ich eigentlich auch, aber so gefällt es mir auch! Ja, okay, das ist dieses 8-Ball-Prinzip, wer da... Nee, 9 Ball! Das sind 9 Bälle! Oder ist da noch eine? Scheiße, wenn er die jetzt einlacht, dann ist das Ende! Oh, nee, und die liegt auch noch so! Oh, ich könnt kotzen, ey! Ich könnt so kotzen, ey! Ja, das ist so!